Hallo und herzlich willkommen bei meinem V-Log Heute gehen wir wandern Mit wir meine ich Ich und er Oh, Fetti Wir haben uns extra das schönste Wetter rausgesucht Jetzt habe ich mir die Kamera reingewackt Muss ja auch, irgendwie muss man es ja machen Professionelle So, wir laufen heute zur Tzimestalbrücke Und ich hoffe, dass alles vom Equipment einfach nur überlebt Okay, das ist jetzt der erste Tunnel Riecht auf jeden Fall übelst nach Diesel Diesel Das nächste Mal wollen wir hier mit einer Tresine nachfahren Die bringen wir uns selber mit Das wird bestimmt auch sehr cool Das soll schon die Brücke sein da vorne Sei es wahr Ja, das ist ja sowieso das Riesenmonster Da hatten die alle einen Weitwinkel gehabt, wo die das fotografiert haben Ja, ja Krass, das ist es schon Ich frage jetzt, will ich hier runter? Ja, das ist ja eigentlich ein bisschen Ja, da war es mir dann auch und macht jetzt oben eine Fotorunde zu Ja, das ist natürlich nicht so massiv, ne? Naja, das Problem ist aber finde ich eher der Regen jetzt Ich finde eher der Regen ist das Problem Bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.